Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, kleine Waldimpression, angenehm kühl im Wald, gute Entscheidung, kurze Hose und T-Shirt, weil aber vielleicht, vielleicht beim Rückmarsch wird es kalt, möglicherweise kommen wir in die Dunkelheit hinein, ich weiß es nicht, aber die Marschgeschwindigkeit ist überschaubar, also wir gehen sehr langsam vor und genießen sozusagen Natur und Landschaft. Linke Hand ist so hier ein größerer Fels und der Weg hier vorne links runter geht dann zu den Weingärten und wir gehen dann hier rechts und dann links hinauf und sind dann genau genommen schon auf der Zielgeraden in Richtung Kugelwiese, aber sehr schöner Platz hier, hier ist wie gesagt dieser Fels. Na bitte, zumindest ein Flugzeug ist zu hören, das beruhigt. Der Weg hinunter Und hier eben, hier unten die Forststraße, die wir zuvor verlassen haben und hier eine kleine Abkürzung gewählt haben. Das waren ungefähr 12 Kilometer Abkürzungen. Na Scherz, das wird vielleicht Kilometer oder nicht einmal gewesen sein. Gut, ich warte jetzt hier auf die Gruppe zusammen. Ende. Ende.